Und ja, ein allerherziges Willkommen zu einer neuen Folge PUBG Mobile. Heute habe ich mal mit dem Pion, der Lili und der Kaya gespielt und zwar kam heute das allerneueste PUBG Mobile Update heraus. Es gibt jetzt explodierende Benzinkanister, ein neues Fahrzeug, was man erhält, wenn man außerhalb der Zone eine Signalpistole zündet, eine neue Pistole, die Desert Eagle und ja, man kann jetzt so an Gebäuden besser hochklettern. Und ja, zumindest viele Neuerungen, auch Grafik, neue Halloween-Designs und vieles, vieles mehr. Wie gesagt, Patch Notes auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Runde, die wir hier erspielen konnten. Noch keine 2000 Meter. Wir schaffen alles, was wir uns vornehmen. Ja, aber irgendwie, ich würde schon sicher gehen. Ich würde nur mal sicher werden. Dann, wir hast Naya. Nein, 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 nein. Silvani. Jetzt. Hallo, wohin fliegen wir? Ey. Boah, das ist alle. Pion, kommst du mit? Nein, 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 nein. Irgendwie ist eine Störung beim Benoit, habe ich das gefragt. Oh, lol. Ha! Muss auch drücken. Okay, wir haben gerade schon Dezent Ton. Okay, wollen wir doch hier, Sniper? Ja. Ich bin da. Natürlich. Pion ist schon noch runtergekommen. Ja, Pion, wir sind zu weit unten, um irgendwie, krass. Pion liegt gerade runter. Naja, ich gehe weiterhin. Nicht aufs Wasser, bitte. Da kommt noch jemand anders mit. Wo? Pion kam am besten zu uns. Ich will, dass wir... Oh, lol. Ich habe nicht mal falsch. Hose oder... Nein, wer ist halt zu? Ja. Direkt unter uns. Ja, was willst du nicht zu fahren? Ja, ja, ja. Wo? Ja, wir müssen... Du. Nach oben? Nein, nach unten. Ach, du! Nein, ich... Hallo, warte ich bitte auf mich. Ich bin irgendwo... Der ist ein Igel. Oh, die ist krass. Also, stärkste Pistole haben wir. Ja? Ja, ja. Man kann überhaupt nicht klettern. Doch, du musst halt springen. Da denkst du, was ich in COD-Aurvids einmache. Äh, bei mir ist jemand. Äh, bei mir ist jemand. Wie bist du? Wie bist du? Na, machen wir es mal. Alter. Wie viel Hilfe. Ja. Hm. Ich hoffe, der Typ ist zu los. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Typ ist, aber... Oh, leid, es regnet. Oh, jetzt schnackt die Sonne. Der ist blauer Himmel, so gut wie das ist. Wenn die Sonne scheitern muss, dann versteht sich die Helmhörer. Oh, ne, Tom's. Ah, die OMP. 45? Ja. Ja, ne, ne. Aber anstatt von was? Na, Pistole. Ne, das ist eine Pistole. Ist die stark, die die gerägt? Ja, klar, steckst du Pistole. Ich hab auch schon eh so... Okay. Und OMP oder M7. Oh, ich muss sein Pistole einnehmen. Ich nehme den. Wir wollen einfach mal paar neue Funktionen... M4 ist ein Benzin, kann das noch? Okay, nice, nimm mit. Wenn du kannst, dann... Wie bringe ich sie zum Explodieren? Na, du musst drauf schießen. Ja, aber ich bin lau. Ich bin lau, ich hab nämlich drauf geschossen. Ach, Junge, ernsthaft. Warum? Ich hab keinen Rucksack. Ich schuld. Ich brauch einen Helm. Das nicht. Ach, du doch. Ey, hier ist ein Rucksack für Superlust. Ja, das war mein... Warte, wo ist es wo? Oh, okay, da ballert jemand. Wie gesagt, versuchte einfach erst mal zu überleben, wenn ein Sieg wäre ganz nice. Bitte richtig mal. Ich sehe den. Ja, pass auf. Das ist meine Box. Das ist mein Box. Das ist mein Box. Nein. Pass auf, Björn. Nice. UMP45, alter, dieser Name. Ich werde auf den nicht klarkommen. Wie, da? Na, UMP45. Sieht doch anders. Ja, sie hieß UMP9. Und jetzt heißt sie UMP45? Ja. Warum haben die den Namen geändert? Weil die Munition eine andere hat. Ach, die hat andere Munition nicht? Na, UMP45. ACP. Warum, ne? Ja, weiß ich doch nicht. Ich werde immer noch einen neuen Millimeter für UMP-schufen gelten. Nein. Äh, oh geil. Ja, ich habe auch einer. Boah, auch die, dies. Wie, sie geht nicht dasselbe raus wie ich. In irgendeinem Haus. Ich weiß nicht, wo du es dir denn geh. In irgendeinem Haus. Wie viel ist sie, warte? Ich habe relativ viel Lockpick. Boah, wie viele Nades ich auch habe. Ich sehe einen Typ. Okay, sage, dann töte ihn. 25 hinter dem Laster auf der Straße. Ach, seh. Wo schießt ihr? Auf den Typen. Alles gut. Ja, ich kann dich sehen. Ich kann mich selbst. Ich wollte den mit Deagle vernischen. UMP45. Und die Vektor nutzt 9 Millimeter. Also die Vektor. Ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Ja, ich sehe ihn, stopp. Ich sehe ihn auch. Nice, man. Ehre. Gute Arbeit. Da ist immer noch einer. Nice, man. Oh, ich habe ihn getötet. Ja. Schön gemacht, Squad. Oh nein. Alter Junge, ist es dein Ernst? Hä? Fjern. Ich weiß. Was macht ihr? Ja, er hat... Es tut mir leid, aber das war so. Es tut mir leid. Jetzt muss ich ein Energy dafür... Ist das eine Mutante? Ähm, nö. Aber die kann mit einem taktischen Schaft ausgestattet werden, also die M16 kann. Kann ich die Mutante aus einer Fernkraft? Ja, kannst du... Oder soll ich die Mini? Pass mal. Du kannst... Oh, lol. Hier ist sogar ein Karabiner. Ich habe aber kein Visier für die Mutante. Ich habe einen Dreifach, falls jemand braucht. Oh ja, ich würde es nehmen. Guckst du, du? Äh... Ich komme. Wo ist das Scope da? Sind wir Zone? Ja, mittig sogar. Okay. Dann... Warte doch, man kann hochklettern, aber... Nee. Wo denn, wie denn? Man kann nicht klettern. Doch, kann man. An Hauswänden oder so? Also, ne, nicht an Hauswänden, aber zum Beispiel an so komischen Dächern. Ich probiere das mal aus. Äh, ich... Eine Leuchtpistole. Vielleicht... Ist die leer? Dann habe ich die verschossen. Nein. Ich habe den Boden verschossen. Nein, eine von Gegnern in die Luft geballert. Achso. Was ist das? Ich muss immer so sch... Du Fluchzeig. Ich glaube, die anderen Leute kommen. Äh, Gegner bei mir? Oh, insta-dead. Alter. Da läuft noch jemand. Im Feld. Rechts? Links im Feld. Und ich werde angeschossen. Ich brauche mal Hilfe. Hinter mir und im Feld ist jemand. Ich bin eh schade. Was ist der Kollege? Sie müssen Aufmerksamkeit auf mich. Also dort. Dort war jemand und hinter mir. Das ist ein... Da, ich seh'n. Ich steh'n. Ich steh'n durch die Straße gehen. Der ist drin, oder? Beide dead. Da schießt noch jemand. Da. Dead. Auf was hat der geballert? Motorrad. Das ist ein Kopfschuss-Wüsten-Adler. Nice. Boah. Alter, wer sich... ...das ausgedacht hat. Diesen Namen. Okay. Schön am Hasseln. Oh, M7 und Karabiner hatte der. Oh, scheiße. Ich brauch sie mal Muni. Ja, ich spiel' jetzt mal M7. Ja, ich auch. Ich spiele M762. Also wenn jemand erweitert den P-Brauch. Ich brauch Muni 10. Also ich kann grad die Lage überblicken und hier schützen. Da ist ein Typ! Wo? Sehr schön. Du hast auch M7? Ja. Okay, warte. Okay, ich versuche. Vielleicht geht das ja hier. Ich hab hier drei Schüsse für einen M7. Nein. Warum? Na, ich versuche von hier da ran zu springen. Warte, Kaya, geh da mal weg. Ja, geil! Okay, guck, ich bin hier oben drauf. Kommt mit. Kommt hier drauf und nehmt am besten eure Waffe aus der Hand. Okay, ähm... Okay, dann rennt ihr und springt. Äh, währenddessen, wenn ihr so dran seid. Ja. Hallo ihr. M8, ich schneide einmal gelegentlich. Das ist die volle Karte. Ja, Mann. Und spammt. Spammt die Taste. Ihr müsst die Springtaste spammen. Guck, ja. Oder? Spammt! Ja, nice. Okay, das ist geil. Wie viel Sieben, Muni hast du? Mh, 100. Kann ich bitte bitte? Ich hab zwei Schuss. Okay, das... Ja, dann... Jetzt hab ich zwei. ...misschen wir das suchen. Jetzt hab ich 15 Schuss. Ja, man kann nicht mal gleiten. Pfff. Gleiten. Man kann nicht mal ein Dings da. Ja, aber das funktioniert hier nicht. Ich hab vorhin Stepmatch gespielt. Was soll ich benutzen? Ja, leh. Ja, das ist das selbe. Du hast dich mit zwei Waffen gleich... Ja, was kann ich denn das hier? Da liegt ne Leiche auf der Straße. Holt ihr da ne... 16 was, glaub ich, raus, ne? Hol dir eine Waffe aus der Leiche. Leiche, wo ist die? Hier bei mir. Leuchtpistole dort. Ne, ne, da. Oder eigentlich gerne unsere Posi halten, weil die schon ganz nice ist. Also wenn wir... Wollen wir zu dem Job reinziehen? Naja, da sind halt Gegner. Ich kann nicht dafür sie reagieren. Aber aufpassen, wir können die... Die wären... Ich... Ne, okay. Da, da, an den Häusern! Rechts 35. Der... Der ist... Der ist rechts daneben. Björn, genau, du solltest freien Blick auf den haben. Wo? Der ist bei... An dem Haus. Wo? Ja. Der hat doch schon gut Hits mit dem 16 drin. Ja, der wird dahinter. Ich geh hinterher rum? Ja. Okay, der Ball hat raus. Hä? Wieso hat das nicht durchgehend geschossen? Äh, weil du Einzelsingel schaffst. Ach, Digga. Alles gut. Kaya, wo bist du eigentlich? Okay, alles gut. Digga, was? Ja, warte, ich... Du bist ja hier. Okay, alles sicher. Wir haben alles im Griff. Okay. Ja, zwei Stück. Ein Wagen der Fahrer? Abjörn hätte einen mitnehmen können, dann hätten wir jetzt in den Wagen fahren können. Naja, aber wir sind ja schon so, ne? Hör auf, mir ein Dacia! Ja, komm, geh ins Haus, geh ins Haus. Los, los, hopp, wir müssen helfen. Ich seh es, noch einen anderer... Sehr schön. Ich bin 60 Meter von dir entfernt. Heil dich, wenn du kannst. Ah, lol, Digga. Der hat ein schallgedämpftes Gar. Der lag im Gras. Der liegt im Gras. Der eine liegt im Gras. Wait, wait, wait. Granate. Die muss ihn hier so getroffen haben. Kann jemand das Auto zerschießen? Hm, hier nicht. Hä, ich weiß nicht, ob der schon dead ist. Okay, ich glaub, der lief dahinter lang. Okay, sehr schön, reicht, reicht, reicht. Hä, ich schieß grad wieder. Hä, ich weiß nicht, war der einer? Hast du einen ausgenockt? Ja, einen genockt. Okay, seid ihr bereit zu pushen? Ich glaub, der ist nach rechts verschwunden oder so. Links war der genockte. Ja, ja, der ist dead. Boah, Junge, der hatte ja alles. Hä, nein, da vor euch. Diese Kiste links, das ist der. Ja. Ja, aber wir müssen ja den Lebenden noch wissen, wo der ist. Ja, es gibt keinen Lebenden mehr. Es waren nur zwei. Hier ist sieben Millen. Sonst viel. Hä, es waren nur zwei, ja. Und ich hab... Ich hab einen. Ja gut, hier liegen drei Leichen. Okay. Kann ich von dir. Eine ist von Pion und dann von den beiden Gegnern. Es gibt... Brauch ich jemanden erweitert. Ich hab Pion erweitert noch. Jo, mach mal ein klein... Na gut, wir sind schon. Nee, Pion, bitte. Oh, achtfach, sechsfach hatten die noch. Also ich hab das jetzt doppelt. Hier drin, in der Leiche. Ich kann nicht mal enemies markieren. Ah, kann ich markieren. Seht ihr meine Markierung? Nein. Hat jemand von den Gegnern Karabiner oder so gehabt? Hä? Ich hab meine, äh... Da sind Egelmonen über geschossen. Okay, wir werden halt den... Die Zone ist jetzt ziemlich klein, wie ihr seht. Wir sind drauf direkt, ne? Oh, lol. Da ist jemand. Leli, kannst du Feuer? Ich seh nicht. Okay, der war bei den Häusern. Achtung, gechillt halten und verdeckt. Die wissen, wo wir sind. Leli, wie viel Smokes, wie viel... Okay, ja, gut. Der Job. Ein Smokes, eine Granate. Ich halt... Geht nicht hoch, geht nicht hoch, ja? Und ansonsten legt euch hin. Ich versuch den... Der war in den Häusern. Da sind auch zwei Autos dran. Die qualmen auch leicht. Okay, die ballern. Gut, Schally. Gitter, Gitter weg. Oha. Hartes Gefecht. Wir sind am Rande der Zone und drei Leute noch. Drei Gegner. Ja, das könnte der letzte Squad sein. Ich, äh, nehm Schmerzmüllung. Ja. Ich könnte hart werden. Ich wette, die sind in den Häusern. Ich seh einen links davon. Der hat sich ins Hingelegt. Wo? Tot. Aber ich treff ihn nicht mehr. Der ist direkt weg, als er... ...ausgenockt war. Okay, dann würde ich sagen, wir... ...müssen die in irgendein... Ist der ein? Ausgenockt? Ja, finnisch ihn, finnisch ihn. Scheiße. Wissen Sie denn, dann können wir die nämlich schwächen. Er ist weg. Die smoken, oder? Ich weiß es nicht. Da sind Bäume im Weg. Blätter. Ja, ja, die smoken, die smoken. Da kann ich mehr viel haben, ich hab den einmal getroffen. Naja, die holen sich ja trotzdem hoch und dann leben die ja wieder und so. Okay, das wird nochmal kompliziert. Irgendwann war da geschlossen? Meine Frage, wie lebt ihr denn? In dein Haus oder irgendwo? Oh, lol. AWM, natürlich, dass er wusste. Alter, ich wollte gerade markieren, wo die sind und schon kann man ja schnell, schnell jemand kommen. Na, der ist in dem Haus. Ich weiß nicht, der ist halt stum. Ja, klar. Aber so, dass du dahinter safe bist. Ja, ich werde auch getroffen. Kurz? Nee, schnell, sonst können wir nicht hergehen. Rechts, komm nach rechts. Ich werde auch getroffen. Okay, deswegen. Ja, Lilly, die kann dich dort treffen, komm nach rechts, kurz. Das ist Dauer, Lilly. Du kannst nur liegen. Boah, ich esse mich gut. Ja, Rest in Peace. Okay, Lilly, wir machen das schon. Ich fühle mich mit K und ABM, ne? Ja, ich merk's. Okay, er kommt von rechts, 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 er steht rechts am Baum. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich hab keinen Helm mehr. Nicht pieken. Ja, ich pieke auch nicht. Ja, aber Lilly. Auf welchem, äh, bei wem ist die Welt mit allen? Ah ja. Wir lassen die rankommen. Ähm, die heißt normal, ich fahre gleich mit Papa. Ja, bitte kommen wir. Ja. Okay, ich seh sie, ich seh alle drei. Zwei sind im Haus, jetzt sind alle drei im Haus. Und wenn wir pieken, dann ballern die halt auf uns. Erst in dem großen, ja, in dem ganz großen. Ja, ja, einer davon ist links. Ja, einer ist daneben. Einer ist draußen. Einer steht links. Einer ist oben im Fenster. Such dafür, dass ihr deinen Kopf über keine Art und Weise über den, den Stein oder irgendwie treffen könnt. Woher weiß ich das? Gar nicht mehr. Äh, naja, du kannst es abschätzen, doch. Aber mich sieht man da so nicht, ne? Nee, du stehst dann da durch. Umso näher noch ran. Äh, einer kommt über links. Einer kommt über links. Smoke, smoke, smoke. Bei uns? Oder die. Kommi über links, falls du es nicht gerallt hast. Digger, wann explodiert die Smoke? Ja, das... Oh, lol. Instant. Ja, ich weiß, aber ich meine ja, die kommen über... Okay, das haben sie ultra gut gemacht. Zweiter Platz. Der aus dem Haus hat mich abgeschossen. Ich dachte, man sieht mich nicht. Hey, der mit einer AWM, der, der... Na, einer kam ja von links. Ja, aber der hat mich abgeschossen. Der hat mich... Der aus dem Haus hat mich getroffen. Oh, lol. Vor allem diese Likes. Verschenken. Oh, lol. Hier ist ein Geschenk. Lol. Das verwirrt mich jetzt so. Ja, ich kenn den. Ich kenn den.